Das Hotel Miami liegt in Bangkok. In Bangkok, der eine Gast, der das Hotel bewertet hat, empfiehlt dies zu 0% weiter und vergibt 3,3 von 6 Sonnen. Dabei hat er das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsprogramme bewertet. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine bessere Lage für ein Hotel kann es nicht geben, so sehen es die Gäste des Hotels und bewerten den Standort mit 6 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4 von 6 Sonnen wert. Zimmer Für die Zimmer des Hotels gibt es nur 3 von 6 Sonnen, was eine Unzufriedenheit der Gäste widerspiegelt. Gastronomie Gastronomisch enttäuscht die Küche des Hotels. Die Gäste geben nur 2,5 von 6 Sonnen für die Küche. Hotel allgemein Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,3 von 6 Sonnen. Service Einige Gäste sind mit dem Service unzufrieden und bewerten das Hotel in diesem Punkt mit. Durchschnittlich 2 von 6 Sonnen Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.